moinsen mal wieder kleines unboxing diesmal funko pop rights black lm nummer 286 hawkman in kruma endlich mal ein bisschen größere funko pops ich habe lange genug gewartet bis ich die mal als ein bisschen laut als schnapper bekommen habe so das war's auch schon der ist kann richtung mülleimer so das ist auf jeden fall hochmann in cruiser er sieht nett aus kein wackelkopf das ding wird sich so geil auf einem armaturenbrett machen so habe noch ein paar andere werde ich auch gleich ein paar unboxings von machen aber hockmann im cruiser kommt jetzt erstmal ich könnte den eigentlich mal gegen mein schweinchen hier austauschen obwohl dann sieht man ja das so ich wünsche euch einen wunderschönen tag lasst mir gerne ein kobe lasst mir ein abo da bis zum nächsten mal link ist unten runter ich dachte ich hätte das ding alles ist aber diese lampe ist nicht so geil lasst mir kommen lasst mir ein abo da ja ich wünsche euch noch einen nerdigen tag bis zum nächsten mal tschaui